ja was müssen wir jetzt machen hallo ihr wird hier noch im Leben ein Wille erfahren was er machen muss hallo ich bin grad nicht ein bisschen überfordert wir sollen ja irgendwie so das Geek holen aber wir wissen vielleicht laufen wir eh bloß blöd durch die Gegend und dann schauen dass wir allmächtig werden vielleicht ist das mal eine bessere Lösung schreibt es auch in die Kommentare hallo ich hatte Rebekka kann ich was für dich tun was bestimmt du hast nach einer Reise durch die Öle die Joachim Vicky Vicky willst denn Whisky nur fünf bla 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 ich wir kaufen einfach mal ein dann Kei die Re ich werde alles tun um mir zu helfen was möchtest du wissen die Schöne Schauscher wir gehen mal auf tauschen hier was hat die nette Frau oh das sieht ein bisschen besser aus und kostet auch dementsprechend viel was können wir denn alles bieten das hier das hier das hier was haben wir hier da tun wir das auch mal drauf und bringt nix dann laden wir mal und was ist das hier eine Blume ja wollen wir aber nicht also das auch mal besser so ähm isha-sha-sha-sha also das wird wahrscheinlich Schüsse halten Schüsse heißen Wachen Wachen Kunde aber hier soll doch irgendwo ein Händler sein hat doch Tor gesagt Schlägertyp Schlägertyp oh ja handeln wir uns mal ein bisschen Ärger ein ich bin jetzt ein bisschen übervorsichtig seit wir jetzt beim ersten Versuch Tor zu helfen draufgegangen sind will jetzt nicht noch mal irgendwie ja hör, 1940 und ich bin JÜW das machst du denn mit meinem Revier Kaufen wir mal was hat der der hat einen scheiß Dreck versuchen wir mal den zu killen gespeichert haben wir ja jetzt versuch mal die netten leute mal zu bestehen er hat nichts okay das was na gut wie bis probierst mal bei den anderen sind alles arme piep genau wie wir wir sollten doch eigentlich Brüder sein ja egal dann versuchen wir es jetzt auf jeden Fall mal schleichen oh yeah das tat weh ne ja das tat richtig weh Junge aber endlich noch oh shit oh boy fuck Entschuldigung der Kraft aus jetzt sind wir tot du musstest im öde ja okay gut das war jetzt einfach mal ein Griff ins Klo kann ja mal passieren wir sind noch nicht nach warum sagt jemand hier ich spielte was wir jetzt auch fragen muss schnell sag ich jetzt wir müssen oder ich muss jetzt oder dann müsst ihr jetzt oder musst du jetzt ich weiß es nicht ich werde mal schauen aber wahrscheinlich werde ich jetzt sagen dann müssen wir jetzt und ihr müsst also das werde ich jetzt wahrscheinlich sagen was sind das scheint scheint weiblich zu sein könnte könnte ein bordell sein so würde ich jetzt mal einschätzen ich bin ich bin ein brecher die dritte ist was du hast ich werde jetzt mal ein bisschen kriminell und werde den netten Helm mal geklauen oja geil oja geilo geilo ja dat nehmen wir mal dat hier ah ne wir nehmen es einfach mal und dann nehmen wir dat hier und dann noch na das besser braucht man nicht obwohl ich werde ihn mal ich werde nicht umlegen ich werde ihm einfach mal sein hart und gut spielt stehen gut zu sehr schön können stolz auf uns sein was haben wir jetzt überhaupt im inventar das ist das denn jetzt ein rum ein bier und kohle eben gut dann werden wir jetzt erst mal auf räuberjagd gehen genau so kommen wir an die kohle für eine kleine ballerwaffe an meine tut mir leid ich bin gerade echt ein bisschen übervorsichtig hier aber besser einmal zu viel als zu wenig gespeichert hier gilt es jetzt aber ich klick mal auf fleichen statt auf stehlen so was hast du mein her nix ist auch okay die scheinen alle recht arm zu sein also brauchen wir es bei denen jetzt nicht speziell versuchen oder er abend gehen wir mal ins casino da werden jetzt alle diese reichen futzgefatzten da sein und so kann man hier auch schneller machen okay a shit schade 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 ja egal stehen was hast du denn schade 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 aua das tut weh dafür musst du jetzt sterben oh ja stürzen gehen jetzt alle auf uns los los geht doch danke Okay Trotzdem werde ich es jetzt nochmal versuchen Diesmal werde ich mich jetzt nicht direkt an die Wachen ranwerfen Sondern Ich werde jetzt einfach mal einen der Spieler berauben Die werden auch Kohle haben, wenn sie das Geld zum Spielen haben So Hallo mein Süßer Dich werde ich jetzt schön ausrupfen Wie ne Weihnachtsgans Obwohl der mischt hat, die kleine Sau hier Mann, Mann, Mann Entschuldigung, ich bin grad ein bisschen aggro Naja Ich werde immerhin ein Bier stehen Und, oh ne Der haut ab, die arme Sau Äh Ah Autsch Okay Das ist jetzt keine so kluge Idee gewesen hier, oder? Ach, wenn wir schonmal dabei sind Geziertes Werfen von Anfänger Ja Jetzt hab ich irgendwie die getroffen, obwohl ich auf die gezielt hab Äh, ja Danke Mann, Mann Okay, jetzt werde ich mal die Aufhören damit Mit dem Clown und so weiter Ich werde schauen, dass wir jetzt, ähm Im Ödland unser Glück finden Also hier in den Ist nicht viel Das seht ihr ja Also hier ist ja echt Tote Hose Total Wir werden jetzt nochmal kurz unser Diebesgut ein bisschen verkaufen Und dann war's das Also das hier Oh ja, die hat ja nicht mal Kohle dafür Wer hatte die Ballerwaffe? Dann können wir es Da mal ausprobieren Hm Der war hier irgendwo Oh Huh Uh Uh Oh, klar, nehm alles. Das Spiel ist ja uralt, haben sie daran gedacht, hier einstehend, dass sie mich angreifen und nicht klauen? Wenn, wo wir nicht rausfinden, weil irgendwie hier nichts ist, was man klauen könnte. Ja, nee, dann egal. Das war da oben, der Vic oder... Welcher um immer das war, der wird da oben sein. Genau das ist er, okay. Tauschen. Der hat eine schöne Pistole, die will ich haben. Wie viel will er für die? Äh, bisschen was. Das ist eine Leuchttrakete, die kannst du gerne haben. Ich nenne das Messer, was ist das? Kugeln und Kanonen, das behalten wir noch kurz. Vielleicht manchmal lernt man ja was, wenn man das ganze Zeug hat. Wird nichts aus. Wie viel ist das? Das ist ordentlich was. Ich werde, ich werde es davor nochmal lesen. Davor werde ich nochmal lesen, also... Wir haben gelernt, besser mit Waffen umgehen zu können und haben dafür ein wertvolles Comic verloren. Naja, egal. Jetzt gehen wir mal irgendwo anders hin, bitte. Schauen wir mal um Ödland ein bisschen rum. Vielleicht ist hier etwas, was unser Interesse bedürft. Aber so ist es aussieht nicht. Nein, hier ist alles einsam. Wahrscheinlich wird man automatisch aufgehalten. Wie? Und wer sind die netten Herren? Nicht wie ich werde. Okay, wir werden vor einer Horde. Obdachloser angefallen. Oh Mann, da freue ich mich jetzt aber hier. Speichern mal besser neu. Nicht, dass wir da jetzt irgendwas total... Wir hauen hier so. Hallo, die Frau. Ich schlage ja normalerweise keine Frauen, aber manchmal ist es nötig. Und nein, sie sind anscheinend nicht stark. Oder na, doch, ich habe sie nur umgehauen. Ja, genau, steht wieder auf. Achso, die... Ich bin so schlau hier. Die wollen uns ja nix, ey. Ja, aber wo sind die feindlichen Wesen, bitte? Also, äh, oh Mann, nerv. Nein, gar keine Mann. Geh mal mal. Oh Mann, was ist denn hier? Gott, irgendwas ist hier. Muss ich euch jetzt alle einfühlt und nicht nur, oder was? Mann, ey, ich will nicht kämpfen, ihr... Ihr Armbauern. Leute, ich will nicht kämpfen. Echt mal. Ah. Ah. Okay, ich seh mal woanders um, weil... Wir müssen jetzt irgendwie an Geld an Waffen kommen, sonst ist das hier ein bisschen kacke. Äh. Das ist die Schritt, geht ein bisschen schnell. Nee, geht... Klick selber auf Pause, damit ihr wisst, was die sagen. Wahrscheinlich sind die... Wollen die Mutanten gerade die Civis hier töten. Wenigstens lassen sie uns am Leben, immerhin. Ja, und jetzt? Hallo. Geht doch. So, haben die was Wertvolles bei sich? Nein, natürlich nicht. Doch, weil ja klar... Ja, äh, haben wir unser Comic doch noch? Das haben wir noch gar nicht gelesen. Was haben wir hier? Ja, das heißt, genauso stark wie der Speer, aber der Speer hat noch Reichweite, also belassen wir es mal beim Speer. Okay, wir sind nun einfach zwei Leute umgebracht. Das ist jetzt ein nettes Ereignis. Und was ist jetzt? Oh, nee, Sklavenhändler. Oh, nee, jetzt komm. Äh, ja, 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 ich freu mich hier. Ich freu mich, Diasch. Voll dirisch hier, echt, ey. Ich hoffe, dass es hier bald ein bisschen mehr zur Sache geht. Aber bis jetzt haben wir ja noch nicht so viel erlebt, oder? Nein, eigentlich nicht. Und warum, frage ich euch überhaupt. Könnt ihr mir ja nichts sagen. Trotzdem, ich will mal, dass hier bald ein bisschen mehr abgeht. Ein bisschen mehr Action. Und ich will aufhören, mit so einem blöden Speer zu kämpfen. Das kackt nicht auf, Ani. Ich schaue mich mal in Klammern nochmal um. Vielleicht findet man dort irgendwie etwas, was wir klauen können. Das kackt nicht aufhören, mit so einem blöden Speer zu kämpfen. Du bist gestorben. Deine Mission, den Garten Eden zu finden und in dein Dorf zurückzubringen, ist... Ja, la 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 la. Ich hoffe, wir werden echt mal aufhören, so aufzustehen. Das kackt nicht tierisch an nichts. Naja, okay, gut. Wir treffen uns im nächsten Part. Ich hoffe, ihr werdet bis dahin Kommentare abgegeben haben, ob wir jetzt überhaupt der Kampagne erfolgen sollen, überleben sollen. Erstens, zweitens, ob ich jetzt ein bisschen Musik im Hintergrund laufen soll, weil ich es ein bisschen irgendwie blöd finde, dass da jetzt so still ist. Abgeheben, ein paar Kampfgeräusche. Warte mal, ich schaue mal, ob es hier irgendwas gibt. Nein, nein, nein. Musik ist ja normal an, aber irgendwie hört man davon nichts. Na, egal. Also gut, schreibt mir, damit ich das machen kann. Und wenn ihr Tipps mir habt, ich bin auch total offen dafür. Ich brauche Tipps, ich bin langsam ein bisschen ratlos, was wir machen sollen oder wie wir weiterkommen. Das ist mal, wie gesagt, mein erstes Let's Play, wie ihr vielleicht auch seht. Also, bitte seid nachsichtig, ich bitte euch. Na ja, dann bis zum nächsten Part. Und dann bis zum nächsten Part.